Ist Olaf Scholz krank oder größenwahnsinnig? In einem aktuellen Interview hat Bundeskanzler Olaf Scholz seine Ambitionen für eine Wiederwahl im Jahr 2025 bekräftigt, was in einigen Kreisen für Aufsehen sorgt. Scholz, der aktuell mit historisch niedrigen Beliebtheitswerten zu kämpfen hat, äußerte sich zuversichtlich über seine politische Zukunft. Dieser Optimismus des Kanzlers steht im Kontrast zu den jüngsten Umfrageergebnissen, die zeigen, dass nur 20 Prozent der deutschen Bevölkerung mit seiner Arbeit zufrieden sind. Dies stellt den geringsten Beliebtheitswert eines Bundeskanzlers seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1997 dar. Kritiker werfen Scholz vor, die Realität zu verkennen und mahnen an, dass seine Äußerungen Anzeichen einer möglichen Realitätsferne sein könnten. Einige gehen sogar so weit, eine psychische Erkrankung wie Schizophrenie zu vermuten, basierend auf seinen Aussagen und dem wahrgenommenen Mangel an Bewusstsein für die politische und soziale Realität Deutschlands. Diese Behauptungen sind jedoch nicht wissenschaftlich belegt und beruhen auf Spekulationen. Darüber hinaus wird Scholz' Führungsfähigkeit infrage gestellt, insbesondere in Bezug auf seine Fähigkeit, das Land durch Krisenzeiten zu führen. Die Unzufriedenheit der Bevölkerung spiegelt sich in den Umfrageergebnissen wieder, wobei 71 Prozent der Befragten nicht glauben, dass er Deutschland effektiv durch eine Krise leiten kann. Zusätzlich zu den Herausforderungen in der öffentlichen Meinung sieht sich die Regierung Scholz mit Vorwürfen konfrontiert, öffentliche Gelder für Imagekampagnen auszugeben, um ihre sinkende Popularität zu bekämpfen. Es wird berichtet, dass die Bundesregierung allein in diesem Jahr rund 44 Millionen Euro für Werbeagenturen ausgegeben hat. In Anbetracht der aktuellen politischen Landschaft und der Herausforderungen, vor denen die SPD und Kanzler Scholz stehen, bleibt abzuwarten, wie sich die politische Situation bis zur nächsten Wahl im Jahr 2025 entwickeln wird. Mit Blick auf die anstehende Wahl und die öffentliche Meinung könnten die nächsten Jahre entscheidend für die politische Zukunft von Olaf Scholz und seiner Partei sein.